... zur deutschen Meisterschaft in Giesloch-Medien. Wir wollen heute unsere Berliner Meister führen, egal wo ihr sie kommt. Es sind viele Athleten angeweist aus Chemnitz, aus Hamburg und die meisten natürlich aus Berlin. Wir hatten heute früh schon eine sehr schöne Vorwahl, wo leider auch einige Athleten in der Finale am Sicherheit stammen, weil die Klassen zum Zug standen. Dann gab es wieder, oder Athletinnen, dann gab es auch wieder Klassen, die gar nicht besetzt sind. Also für viele, die im Publikum sitzen, sollte es auch ein Ansporn sein, doch vielleicht mal eine Meisterschaft zu machen. Ich werde Ihnen jetzt das Kampfgericht vorstellen. Kampfrichter Nummer 1, Siatama Akra aus Berlin. Selbstaktiv gewesen und auch bei der Weltmeisterschaft mit dabei, wo er im Finale war, weiß ich noch. Der zweite Kampfrichter ist Olli Lindemann, Schleswig-Holstein. Kampfrichter Nummer 3, Jürgen Niering, Thüring, gleichzeitig Kleinesvorsitzender. Vierter Kampfrichter, Stefan Honig, kommt aus Niedersachsen, ist ja immerhin in Berlin bekannt. Ich hoffe, dass er schon der Kampfrichter macht, dass wir jetzt gewonnen haben. Der fünfte Kampfrichter ist Dieter Törschmann, der kommt aus Berlin. Hauptkampfrichter Jens Mittelmann. Und die sind dabei irgendwie viel, wenn ich nicht so geglaubt habe. Oder? In mir. So. Wolfgang, jetzt kannst du mal noch ein bisschen Musik einspielen, damit wir uns, damit wir uns aufstellen. Wolfgang, jetzt könnt du mal noch ein bisschen Musik einspielen. Cool! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020